Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Exit und wir joinen auf dem Server und enttieren unsere Wohnung in dem Haus, unserer Villa, unserem Palast oder unserem Schuppen. Ich muss erst mal schlafen, genau. Gut, ähm, dann für diese Folge. Äh, möchte ich vielleicht erstmal hier ein Ding sich auch noch umstellen. Aber ich nehme mir irgendwie den Betzweck und Box auf. Äh, wo ist wo die jetzt hin? Pff, na gut. Ich bin mal da hin. He, ja. Gut, hier, da war noch ein Schlenk. Ja, was? Nachs. Essence, Berry, Bar, Shit und Schneeballer. Und das denn? Sind hier Schneeballer? Natürlich ist nichts drin. Das ist ja hier. Gold, ne? Gut, ähm. Ich guck mal, ob ich... Vielleicht hat Eagles vielleicht noch ein bisschen... Art Died und, äh, Kubalte. Äh, was allein. Aber überhaupt... Ich bin natürlich sehr wahrscheinlich dann wieder, wenn ich das sage dann. Ähm. Irgendwo... in die Heid aus, ne? In die Heid aus. In die Heid aus. Und das wohl nicht wie in die Kaffee, auch schon bestimmt. Mal gucken... In die Heid aus. In die Heid aus, ne? Dort Überhält Will ich mitnehmen? Bin ich cool Schöne Deko Warum nicht? Hm Irgendwo über das Bett hängen oder so Gut, äh, ja erstmal ich auch noch was Ein paar schöne Karotten gehabt hier Äh, ich spiel Mallow Barry Smith Bin cool Haben wir nur einen halben Egal Äh, ich kann definitiv nicht in den Nether gehen Ich hab hier noch ein Steeper Games gehabt Auch nö, oder? Oh, ich hab's noch einen gehabt hier Super, hier haben wir eine Chesspiece Was ist das hier eigentlich? Achso Achso Was ist so? Ich wär natürlich schlecht, ne Na das jetzt mal rein hier Das Guck mal einen Platz mehr War ich denn irgendwo hier so ein Das ist so ein Style, glaube ich, ne Ich hab's noch mal Irgendwelche aus Holz machen, das ist irgendwie auch cool Ich hab's noch mal 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 War ich mal das geld ich glaube schon das kubat tank ein johannes geld sieg nur ein aber hier ein wenn auch eine das Dann kann ich mal so eine... ...Puls raus machen. Dann kann ich einfach einen inneren Kloster dann irgendwie... ...Feeds the Beast oder sowas. Jetzt ist auch cool der Helmy aus... ...Hexical Diamond. Ist das in der Sense? Dann wäre auch cool so ein Mal zu grafen. Wer sind die... ...Tribal? So... ...und ist okay. Gehen wir nachher zurück. Warum Eisen? Kaum Eisen. Ich muss sich mal mitnehmen. Wir müssen in einer Stein... ... oder irgendwas. Ich war für ein Schwert. Dann kommt es so. Dann hab ich auch dabei. Spitzhacke. So ein Steinschwert. Na ja, Rüstung ist jetzt... ...döt. Ich könnte vielleicht das hier mitnehmen... ...warten. Ähm... ... ... ... ... ... Was alles... ... ... ziemlich hättest du spinn und die verklocken mich wieder ich war ich probiere es einfach mal ansonsten war lieber noch mehr item sondern noch mehr items ich habe mich immer noch mal steif mit hake und noch mal kraften es wäre kein problem ich habe schon gesagt ich habe schon ein gas wo ist denn hier gestorben ich bin wunderschön ich bin ja unlösbar hier alles in sturz scheiß gas und alles zusammen das mache ich noch mal das ist der tägliche das ist der tägliche alltag dort abgeschossen von dem kass und hier schief den boden und mir weg ich verstehe man falsch an das ist das ist normal so habe ich mich schon angewöhnt jetzt in feuer ein immer besser ist ja perfekt wenn ich mir richtig durchs portal mehr scheiße ich lebe direkt erwischt ich hätte auch nicht offen lassen das ist witzig ich komme mit 0 prozent voran konnte gott 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 ist das schlimm egal was ob ich jetzt schon ich muss noch viel über überlebt den sturz die mutter überleben aber anscheinend läuft alles gegen mich überlebe ich doch so und komm jetzt mal ein bisschen regenerieren hier ein bisschen sammeln so wie abgeschossen cobalt ja wo kommen die noch einmal her wo kommen die denn noch einmal her wo von wo freunde von wo komme ich auch aber jetzt her wo kommen die her dass im ernst jetzt wo kommen die her ich brauche direkt hinter mir ich habe keine herzliche spinde gesehen ich war da ich habe eine schonisse da ja danke da wird bleiben ist ich weiß nicht warum ich ja tut ich weiß nicht von mir und sein das hatte ich würde die abgeschossen wurde voll erwischt ich weiß nicht von was ich habe mal jemand die gas entfernen und die er zu spüren das ist unglaublich oh scheiße total ist aufgeschossen worden von wem er schießt hier wieder rum wo ist so bist du jetzt verstände was aber doch scheiße aber die fette spinne ach du scheiße wie sind wir auf alles gegen mich ja okay ich werde diesen fahrt hat keinen sinn denn wenn diese folge gefallen hat diese lustige folge dann lasst eine positive bewertung da abonniere nicht vergessen und tschüss